Ich grüße euch zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Wir waren hier stehen geblieben in den guten überfluteten Höhlen unterhalb von Kammwald. Und ich muss sagen, es wirkt schon sehr beängstigend. Vor allen Dingen frage ich mich immer noch, warum mir manche Fackeln brennen und andere nicht. Und da vorne haben wir tote, wandelnde Leichen. Landelnde Leichen, genau. So. Oh nein. Oh nein. Nein, kein Dämon der Verzweiflung. Oh nein. Aua, 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 aua. Na Gott sei Dank. So. Hui. Gott sei Dank, das haben wir hinbekommen. Wir plündern natürlich wieder alles, was wir kriegen können. Sturmherz. Sturmherz. Haben sich die Leichen eigentlich gerade da von den anderen Leichen ernährt? Das wird ziemlich widerlich. Und hier auch nochmal, wie das Wasser quasi die Steine herunter fließt. Oh Gott, was war das denn gerade mit den Beinen? Habt ihr das gesehen? Eine gruselige Höhle, die auch unsere Beine in seltsame Richtungen verschlägt. Ja, wie gesagt, es wirkt einfach alles sehr, sehr stimmig. Ach Gott. Runter oder weiter? Das scheint hier richtig zu sein. Oh Mann. Die haben also überlebt und sind dann langsam ertrunken. Grausam. Aber okay, wir wollen zusehen, dass wir den Riss finden, um die Leichen ein für alle Mal hier festzuhalten. Okay, da hat wohl mal ein Kellergang oder so etwas hier runtergeführt. Okay, jetzt... Hier unten gibt es Zwergengruinen. Die Zwerge haben solide gebaut. Ihre Runen singen noch immer. Ja, zwergisch. Habe ich ja schon vermutet. Und auch das hier wirkt sehr, sehr beeindruckend. Was ist das denn da vorne? Diese riesige Schwarz, habt ihr das gesehen? Was bist du denn? Der Dämon des Zorns Elite? Der kommt mir so riesig vor. Boah. Ich weiche mal gekonnt aus. Oh, so ein Schlag ist aber gar nicht, wie es aussieht. Übrigens, neue Batterien-Controller. Gott sei Dank ist wieder mit Vibrationsfunktion. Das hat mir richtig gefehlt. So. Joa. Joa. Ich fühl mich dauernd so beobachtet, als wäre ein Drache in der Nähe. Aber das ist er hoffentlich nicht. So laufen wir erstmal hier hin. Okay, hier haben wir nichts außer ein Bötchen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich kann mich da mal erinnern. Einige Fackeln, die wir entzünden können. Und eine Tür. Das sieht ja schon beinahe wie ein Thronsaal aus. Hier könnte uns natürlich auch wieder dunkle Brut begegnen. Auch darauf müssen wir natürlich gefasst sein. Mosaik nehmen. Befreiung der Sklaven. Vier von zwölf. Diese Ruinen scheinen endlos zu sein. Wie weit ist es noch bis an die Oberfläche? Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo in der Nähe muss ein Ausgang sein. Doch ist es gar kein Ausgang, den ich suche. Wenn wir mal ehrlich sind. Wir wollen hier erstmal einfach nur alles erkunden. Wir werden später unsere Ausrüstung anpassen. Ich möchte jetzt nicht dauernd das Spiel dadurch unterbrechen, dass wir ins Menü gehen. Das ist ein Ausgang, wie es aussieht. Höhle verlassen. Machen wir aber nicht. Wir wollen ja erstmal den Riss schließen, natürlich. Na, meine Lieben. Tja. Das ist übrigens eine sehr interessante Anmerkung. Früher noch, als ich noch mit Spielzeug gespielt habe, habe ich mich mal gefragt, wie das wohl sein muss, wenn man wirklich so klein ist wie das Spielzeug. Und wenn man quasi nicht einen Kilometer im Kilometer geht, sondern wenn man so kleine Beine hat. Dann ist der Kilometer ja viel, viel mehr. Wie gigantisch einem dann auf einmal ein Zimmer vorkommen muss. Eines der elfischen Artefakte ist ganz in der Nähe. Genau hier. Das sollte die Dämon fernhalten. Das hoffe ich. So, was haben wir hier? Rekrut, ein Schwert der Templer. Buch. Wo ist das denn? Ich glaube, auf der anderen Seite... Boah, die Spiegelung im Boden ist ja hübsch. Hübsch, meine ich. Hübsch, 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 hübsch. So. Ich kann auch nicht mehr richtig sprechen. Ich würde sagen, das war's dann hier wohl. Dann können wir jetzt langsam in Richtung des Risses gehen, wenn hier nichts mehr ist. Nö. Okay. Gut, haben wir auf jeden Fall noch ein elfisches Artefakt gefunden. Auch das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, das ist der Riss. Ein Vorratslager. Sicherlich auch nicht gerade umsonst platziert. Wir müssen unbedingt mal ein paar Spielstände löschen. Ich möchte aber ungern überspeichern. Wir haben ja gesehen, der eine... Speicherplatz? Hallo? Ähm, ja, der eine Spielstand letztens war ja gut, dass ich den noch auf Platte hatte. Sonst hätten wir nicht laden können. Sonst hätten wir vielleicht gar nicht das Aussehen von unserem guten Champion aus Kirkwall bearbeiten können. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier jetzt gerade, ähm, Speicherplatz sucht. Ich müsste noch ca. 30% der 500 GB frei haben. 50... 150 GB, das müsste doch eigentlich ausreichen. Hallo? Ja. Willkommen beim, ähm, Speicherplatz-Überprüfungssimulator. Ja, ich warte. Ich warte. Ich warte. Ja. 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 Ja, 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 doch. Ist da, ist Speicher doch oder was auch immer. Das darf ja nicht wahr sein. So. Gut. Schließen. Dragage neu starten. Ja. Ja, juhu. Komm, starte es, starte es. Ah, starte es. Vollbildmodus. Leute. Ich glaube... Jetzt geht's. Super. Ich glaube, ich habe gerade Dragage mal wieder kaputt gemacht. Ihr kennt es mittlerweile. Ich kann nichts gerade ändern. Ich werde übrigens gerade eben, ähm, das ganze Rumgeklicke verschwommen machen. Heißt übersetzt, ähm, so dass man die Namen meiner Freundesliste nicht lesen kann. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin kein Freund davon. Nachher, äh, ja, meckert mich noch jemand an, wenn man irgendwie einen Namen lesen konnte. Daher wird das gerade verschwommen gewesen sein. Jetzt seht ihr wieder alle klar. Tut mir leid, aber das ist der einfachste und beste Weg, irgendwie, ja, sicherzustellen, dass keine Namen von anderen Xbox Live-Nutzern gezeigt werden, die vielleicht nicht gezeigt werden wollen. Kann ja vorkommen. Daher, wie gesagt, denke ich mal, ist das der beste Weg. Ja. Scheinbar mag Dragage uns nicht. Irgendwie in den letzten Videos, auch das mit dem Champion von Kirkwall, wir haben in letzter Zeit einige Probleme. Sagen wir mal, wie es ist. In letzter Zeit läuft es nicht ganz so rund. Aber okay, soll mich nicht stören, um Gottes Willen. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Spielstände. Die Fähigkeit Bannen und magische Säuberung vernichten Dämonen, die durch einen Riss im Nichts kommen, augenblicklich, wenn die Fähigkeit, Pünktchen, Pünktchen. Bitte lass mich nicht zu weit hinten sein. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Die Ladezeiten erinnern mich ein wenig an Skyrim. Ach joa, das geht ja. So, ganz kurz. Nee, nicht Tagebuch, ganz kurz. Laden. So viele sind das ja gar nicht. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen unspektakulär ist, aber So hoffe ich mal, dass wir nicht mehr dieses Problem bekommen werden So, gut The same procedure, das kennen wir bereits Wir laufen zurück Auf den Riss zu Tut mir leid, Leute, aber jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn das Spiel sich aufhängt Immerhin, man muss ja immerhin loben, dass man bei der Xbox One das alles machen kann, um die Konsole zu resetten Jetzt speichern wir hoffentlich erfolgreich Aha Dass das funktioniert, ist ja Wahnsinn So Komm schon, nein Gott sei Dank, das hat funktioniert Ist das der Riss? Ich glaube, das ist der Riss Da habe ich mir doch glatt sogar etwas Schlimmeres vorgestellt, als einen schlichten Riss Ich dachte irgendwie, das wäre etwas ganz Besonderes Aber es hält sich eigentlich in Grenzen, oder? Bisher zumindest Da kommen noch mehr Ich versuche jetzt mal direkt den Schaden auf sich zu wirken, hat nicht funktioniert, schade Aua So Okay Ich erwarte Schlimmes, wie ihr euch vorstellen könnt Das war ja sogar noch auszuhalten Ich muss aber sagen, der Kampf könnte schlimmer sein Weil ich die Dämonen-Typen jetzt auch nicht gerade am schlimmsten finde von allen So So Wir schließen den Riss So Und das war's Ha Jetzt sollte Schluss mit herumbeinenden Leichen sein Lasst uns den Bürgermeister informieren Hoffentlich freut er sich überhaupt Nicht, dass das Ganze hier noch irgendwie mit ihm zu tun hat Und dass der hier vielleicht sogar den Rest noch erzeugt hat Stufenaufstieg Hier ist eine Truhe Inquisitionsboni plus eins Cole stimmt zu Das freut mich Und sonst gibt es hier nichts mehr zu holen Also wie gesagt Ich gehe davon aus, dass der Bürgermeister mit uns ein ganz ganz falsches Spiel treibt Irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht Und ich hoffe, wir werden herausfinden, was genau das ist Aber wir nehmen natürlich hier jetzt den schnellen Ausgang, den wir gefunden haben So Wo waren die Tür Ah und wo ich nochmal drüber nachdenken musste letztens Ähm Genau Die Grafik des Spiels soll ja angeblich auf der Xbox 360 so schlecht sein Würde ich gerne mal sehen Aber ich werde das Spiel ganz gewiss nicht jetzt nochmal kaufen Aber ich würde es tatsächlich gerne mal selber spielen Auf den alten Konsolen Weil es ja wirklich angeblich so schlimm aussehen soll So ähnlich wie Mordor Schatten Was ja auch richtig runter gewertet wurde Auf den alten Konsolen Würde ich mir gerne mal ansehen Aber okay Höhle verlassen Ich denke mal, das wird es dann hier unten gewesen sein Wir haben viele Aufgaben erledigt Wir haben nämlich einerseits Ähm Oben die Leichen gefunden Wir haben den Dämon hier unten getötet Und wir haben natürlich den Riss geschlossen Und ich denke mal Oh, Valroyo Jeder Einwohner, ein Royaner Wird behaupten Es sei die großartigste Stadt der Welt Viele halten derlei stolz für Arroganz Aber sie lächeln dabei und nicken zustimmt Denn die Stadt ist ja nun mal verdammt groß Und verdammt edel Und verdammt reich Das muss man ja lassen Aber okay Zurück zum Thema Ähm Ja, wir haben viele Aufgaben erledigt Und könnten die jetzt eigentlich alle nach und nach abgeben Ich bin gespannt Ob da mit dem Bürgermeister noch irgendein Zwist entstehen wird Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das nicht gewesen sein kann Das kann eigentlich gar nicht Und dementsprechend spannend wird es wahrscheinlich Wo sind wir hier denn jetzt gelandet? Mosaik nehmen 5 von 12 Schild der dunklen Brut Äh, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Käse Da ist ein Easter Egg 100%ig Da ist ein Käse oben auf dem Kopf Was ist das denn? Ich glaube, wir haben ein Easter Egg gefunden Ich weiß es nicht genau Ah, ist das die Besag-Tür Die wir schon einmal von der anderen Seite entdeckt haben Ich glaube schon Ja Und wenn die mal nicht der Bürgermeister zugesperrt hat Weiß ich auch nicht mehr Gut, wir könnten jetzt theoretisch die Schnellreise nutzen Die Höhle kennen wir bereits Ähm Ja 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 Wir könnten tatsächlich erst mal eben hier wegen dem Denkmal Die Heimkehr Die Quests könnten wir mal eben erledigen Die Tiefenpilze nehme ich mir jetzt mal nicht in der vollen Anzahl mit Oh, draußen scheint sogar die Sonne Dass das nochmal hier passieren würde in dem Gebiet Daran wagte ich ja zu zweifeln Oh Oh Oh, ist das hier auf einmal schön Wir haben scheinbar den Fluch gebrochen Toll So, ich würde aber sagen Der Den Rückweg Das heißt die ganze Abgabe Der Aufgaben Die ganzen Abgaben Gibt es dann beim nächsten Mal Das war's an dieser Stelle Wir haben den Riss geschlossen Wir haben die Dämonen besiegt Und wir haben Ein Speicherproblem gehabt Viel für eine Aufnahme Genug für eine Aufnahme Ich sage danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten In der wir dann Die ganzen Aufgaben abgeben werden Vielen Dank Und bis dann Hier Immer noch mit der Aufgabe Stille Wasser Die Dämonen besiegt Die Dämonen besiegt